So, da sind wir wieder. Hältst du mir kaum zu einer neuen Folge? Minecraft. So Leute, das hier passt jetzt schon besser. Ja, sieht gut aus. Ich versuche jetzt mal zu fliegen. Oder? Bring am besten hier so schräg runter, damit du nicht im Wasser landest. Also da rechts über den Stein ist quasi drüber. Ja, ja. Aber halt nicht zu tief ins Wasser. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das ist umgekehrte Steuerung. Ach, umgekehrt. Also vorwärts ist rückwärts. Dann kein Wunder, dass ich abgestürzt bin. Okay. Nochmal. Und ansonsten störst du, glaube ich, mit der Maus. Ja. Und ich bin im Wasser gelandet. Aber ich kriege mich schon irgendwie raus. Ja, ja, ich komme. Also ganz ehrlich, ohne Erik, der hier die ganze Zeit Bäume für mich fällt. Ich brauche meinen Gastarbeiter wieder. Das geht am schnellsten, wenn man dann quasi den immer nimmt und dann nach hinten schwimmt. Ja. Alter, der Gleiter sieht echt geil aus. Ohne Kackspasten, die hier einfach so die scheiß Gleiter aus dem Wasser holen. Deswegen meinte ich aber auch am besten nicht über den Wasser testen. Man kann ja übrigens duplizieren im Wasser. Wenn man ihn gleichzeitig nimmt, dann kommen zwei Gleiter mal raus. Warte, das können wir ausprobieren. Das können wir machen. Da brauche ich nicht so viel sammeln. Ähm, okay, warte. Warte. Wie geht das denn? Warte. Muss ich aber sagen, finde ich nicht gut, dass wir sowas ausnutzen. Ja, okay. Okay, dann machen wir das mit. Ne, wir machen das mit. Nein, nicht wieder rein. Oh. Kann das sein, dass der Turm hätte größer sein können? Ich weiß es nicht. Du kannst es ausprobieren. Ich habe es nicht hinbekommen. Bitte. Also, wenn du es hinbekommst, dann bitte mach. Okay, ich probiere mal aus. Wir können ihn vor allen Dingen auch mal gucken. Du könnt ihn auch auf dein Haus bauen, Mann. Adam. Nein. Also, du kannst ja gerne später ein Haus außenrum ziehen. So, jetzt habe ich ihn. Okay, ich stelle ihn mal einfach. Aha, sind das alles hier im Weg. Okay, warte mal. Ist man irgendwie auf unser Haus drauf? So, vergleich mal kurz. Ich habe jetzt hier einmal hingestellt. Ne, es ist gleich groß. Ne, es ist gleich groß. Glaube ich gleich, ja. So. Kommt man irgendwie auf dein Dach drauf, Adam? Äh. Ich habe kein Dach. Man kommt in den ersten Stock, aber mehr noch nicht. Ja, das ist ja das Dach. Wieder eine Treppe einfach raus. Da kommt man hoch und zwei Wände sind, also die zwei Wände zum See sind noch nicht massiv. Da kann man durchspringen. Aber ich weiß nicht, ob du mit dem Glider durch die Tür kommst. Nice. Tschüss. So. Also, wenn man da oben runter springt, ist, kommt man halt echt weit. Ist echt geil. Ja, man kommt vor allen Dingen auch viel weiter. Warte mal, ich habe das jetzt gerade auch ein bisschen verkackt mit dem von seinem Dach springen. Aber man kommt hier halt auch echt weit. Mhm. Ich habe das halt gesehen auf YouTube. Der ist halt auf den höchsten Berg gegangen, den es hier gibt. Und der ist halt einfach, soweit ich mich richtig erinnere, über die ganze Map geflogen. Ja. Robin here. Oh. Wow. Die Impression war gar nicht mal so scheiße. Nein, Robin hat ein... Aber es ist Farkett hier mit der tiefen Stimmung. Farkett hier. Farkett ist sehr mit der tiefen Stimmung. Und Robin ist eher so... So typisch britisch. Äh... Brother hair. Nein, das ist zu britisch. Ich hätte fast kein... Dein Haus getroffen gerade. Wie wäre es, wenn du das nicht machst? Also nur mal so ein Fortschmer. Ja, ich muss auch ein bisschen Spannung reinbringen hier und... Ne, kennt man. Du musst jetzt zeigen, dass du... Das bist. Ich darf doch bitten. Was? 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 Warte mal, wie spät ist das jetzt eigentlich? 21.40 Uhr. Mhm. Oh, Sandmann läuft gleich. Oh, Sandmann schon. Um 21.40 Uhr. Ich bin da gar nicht mehr im Zeitalter. So. Also, soll ich dann... Welchen... Ihr habt das fette Lagerfeuer weggemacht. Fällt mir gerade auf. Warum denn nur? Ich hab's nicht weggemacht. Ich auch nicht. Oder es ist verbrannt. Okay, dann ist es zu. Hat Feuer so an sich. Ich guck mal noch, ob jetzt in meiner Falle vielleicht mal ein Hase ist. Und nicht ein Lizard. Dann... Doch noch ein Lager. Oh, Loi. Haben die irgendwie Angst vor mir, wenn ich so ein... Skelett-Skin anhab, oder? Wir haben immer Angst vor dir. Der starb mich so dumm an. Okay, jetzt brauch ich mal eure Meinung. Soll ich ein, äh... Einfaches Satteldach draufklatschen, oder ein vielgiebliches Dach? Äh... Äh... Geh jetzt einfach mal schnell. Da kommt gerade ne Horde an. Mindestens 6 Doten. Bei mir flitzen dann Gegner durch die Gegenden. Also, falls du zurückkommen möchtest... Ja, ich komme jetzt zurück. Also, ich meine auch... Ich bin auf dem Weg. Ich fliege über den See. Das ist halt so nice. Ich habe jetzt gerade vor so einen kleinen Stein einfach benutzt. Der war aber auf so einer kleinen Anhöhe. Und ich fliege hier gerade über das komplette Meer drüber weg. Nice. Man ist so schnell unterwegs mit diesem... Mit diesem Kleider. Man braucht nur immer irgendwelche kleinen Punkte sich suchen. Ja. Ich hoffe mal, dass mich die, äh... Bewohner jetzt nicht verfolgt haben. Ah, sieht nicht so aus. So, was wolltest du jetzt abhaben? Ja, nix. Ich... 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 Ich stink mir selber was aus. Ach nee, das ist Custom Roof. Ich will Custom... Doch, Custom Roof. Hä? Jan spielt jetzt Battle-Fried 5. Echt? Ja. Er hat sich ja echt überhaupt nicht verabschiedet, ne? Nee. Ach, komisch. Hm. So, ich bin gerade so ungefähr um die halbe Map geflogen. Und bin jetzt in 30 Sekunden wieder da. Fertig krass. Oh, nice. Hä? Achso. Ah, achso. So, so, so. Wollen wir pannen eigentlich? Ja, können wir mal wieder machen, ja. Fändet ihr das ist zu hoch für ein Dach? Ähm. Frag ja los! Ja, das sieht aber ganz geil aus, aber... Wie funktioniert das eigentlich? Unten links steht, wie viel Getter-Logs habt ihr bei euch stehen? Alle. 260. Ich auch. Und das Ding allein, das groß, der Tower allein kostet 327. Hm. Ist irgendwie komisch. Komische Sache, du! So, pin! Jo, lass pinnen. Warte. Ja, ich komme im Moment. Ja. Achso? Ne, das geht nur so. Oh, das ist ja scheiße. So, ich baue jetzt erstmal nicht an dem Glider weiter. Ich mache jetzt erstmal hier den Tower. Ja. Äh, Z. So, und einmal speichern. Gute Idee. Was wollte ich, was wollte ich machen? Ach ja. Kann einer von euch, kann einer von euch einmal einen Screenshot machen und mich angucken? Äh, ich habe keine Ahnung, wie ich Screenshots mache mit dem PC. Adam, kannst du? Ähm. Mach ja. Wo bist du denn? Wollen wir eigentlich das zweite Lock Card? Wir hatten noch zwei Lock Cards. Options. Da. Ne. Wann mal. Draußen, kann ich das Overlay ausmachen? Display, Overlay. Man kann ja die Wolken hier ändern, glaube ich, oder? Ach, egal. Wo ist, ähm, also wirklich, wo ist das zweite Lock Card eigentlich? Weißt du es irgendwie? Das ist, wie gesagt, das ist weggeschleudert worden. Ah. Hier wird andauert irgendwas weggeschleudert. Ähm, Adam, kannst du jetzt eigentlich Dings? Ja, ja, stell dich hin, so wie oben. Ah. Ähm, mit, mit deinem, mit deinem noch nicht ganz fertigen Haus am besten. Warte, eins, zwei, nein. Oh, ne, warte mal, hier vor dir. Hütte hier. So auf der Bank. Aber da sieht man meinen Schatten. Na egal. Ähm. Aha. Passt schon. Ja, ne, warte. Das müsste eigentlich die Taste sein. Bei mir ist es Windows und Druck. Muss ich beide gleichzeitig drücken. Keybinding. So, es sind jetzt schon nur noch 260. Warte. Ja, man sieht schon ein paar Stämme drin. Bei dem Peppenturn. Boah, ich will die Axt aus dem... Ich will die Axt nicht sehen. Kannst du die doch, ähm. Ne, keine Ahnung. Ist kein Problem, wenn man Katana sieht oder so. Was ist das? Siehst du gleich. Hast du gemacht? Ja. Ich hab's gleich, also, äh, ist... Im Chat. Okay. Wie lange ist denn die Folge eigentlich schon? 13 Minuten. Ja. Okay, ähm... Wir wollen den Turm fertig kriegen, richtig? Ja, das können wir aber auch nächstes Mal noch machen. Also... Joshua, wie lange kannst du noch? Ich kann noch ein bisschen. Okay. Ja, ich würde sagen, dass wir... Nö, Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Nö, 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 Nö. Ich muss ja jetzt erstmal nicht aufnehmen, weil das langweilig ist, wenn man die ganze Zeit was aufbaut hier und holzt und so. Jo, alles klar. Okay, gut, dann. Bis zur nächsten Folge. Holge, Holge. Holge, Holge, Holge. Holge, Holge. Holge.